Die Welt ist besser ohne die Zerbrochenen. Sie bringen Schmerzen und fügen anderen Schmerzen zu. Bist du auch ein Zerbrochener? Ganz ehrlich? Ich hab keine Ahnung. Mom machte das Abendessen. Aber jetzt ist sie eigentlich... Aber jetzt ist sie im Eichra... What? Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Lade ran. What? Im Dachstuhl hatte er immer Mut. Jetzt verwirkt sich mein Bruder im Lager. Ich? Mir geht's gut. Alles okay. Dann Unglück. Und da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. Es ist ein kleines, roundes Schlot. Hm. Ich glaube nicht. Ich brauche Mitarbeiter. Die meisten neuen Spielzeuge gehen bei Unglück verloren. Ich werde daher diesen Bereich absperren und abdecken, bis die neue Kollektion eintrifft. Gehen Sie da nicht rein. Er wird derzeit das Lagerplatz benutzt. Es stehen ungeöffnete Kartons rum und ein Spiegel ist dort drin. Anders sind der, ehrlich gesagt, gruselig schlechte Schwingungen. Ah, verdammt. Auch Münz. Es ist blockiert von der anderen Seite. Teddy. Ah, nee. Das ist Schlüssel. Aber wo? Wo bist du Beobachterin? Dass du mich nicht haben willst. Ich glaube, der letzte Spiegel ist auch dort in den Raum, wo ich sie locken muss. Das ist ein sehr guter Team. Auch hier ist blocksche. Das ist wirklich ein Applaus. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich wo bin. Wo bin ich? Wo bin ich wo bin. Wo bin ich hier? Wo hab ich denn noch ein... Ah, Westflügel. Perfekt. Oh, was Gesundheit. Oh, Barpatron. Oh, was zu fressen. Ah, ich bin voll. Ah, die 1,99. Ah, wir kommen gleich an unsere letzte Münze ran. Ah, das ist schon mal was. Ich finde auch schön, immer wenn es etwas freig ist, dass ihr Autospeicher hast. Das ist schon mal angenehm. Hey. Oh. Beim Eintreif am Tatort hatte sich die Verdächtige bereits selbst an eine Stichwunde im Abdomen und eine Tödliche Wunde quer durch den Hals hinzugefügt. Der Notarzt wurde gerufen und der Tatort wurde mit Polizeiband für die Untersuchungen gesichert. Die Verdächtige wurde aus Miss Virginia Roll identifiziert, die offensichtlich damit Probleme hatte, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und oder ihr eigenes Spiegelbild zu sehen. Sie wurde am Tatort... Sie wurde am Tatort... Determination. I have to admit, just stab yourself in the gut and still have enough Determination to pull out the glass and slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Schön. Ein paar Patronen. Hey. Hey. Du hattest was, ja? Ah ja. Fähig Spaß beim Boxing da. Also, ich hab eine Puppe. Kühlraum. Bevor wir noch ein paar Engspots eintreffen. Die Batterie ist voll. Das ist dem Kuh. Oh. Okay, ich hab schon abgeschaltet. Aber jetzt... Aber jetzt... This doesn't work. Ah. Danke, Puppe. Okay, got it. So, die Puppe sind ausreichend, äh, mal angenehm, äh, hilfreich. Ach, natürlich. Not war, aber zumindest mal die Tintenflecken entfällt. Okay, die Mama machte Abendessen, aber ist jetzt im Eisschrank. Das ist ein kleines Rundeslot. Macht Abendessen. Wir haben den Bruder. Jetzt verbirgt mein Bruder... Der Dachstuhl hatte mir, äh, hatte er in der... Dachstuhl... Da ist sie und da müssen wir noch den Vater finden. Der Vater... Laderampe. Ah, da ist unser Jute... Äh, Stahlkopf. Ja, natürlich. Jo, der Dach scheint wieder zu klemmen und nicht aufzugeben. Muss eine Störung der Stromversorgung sein. Vergiss am besten nicht den Trick mit dem Gabelstapler, den ich dir zeigte. Aber sei bitte vorsichtig. Gabelstapler. Hüppchen. Voll... Patron. Ah, dafür brauche ich auch wieder einen Schlüssel. Geben nicht. Ich glaube, ich muss überhaupt noch mal zurück am Anfang gehen, weil... Wir haben ja den... Überwachungsraum, den wir noch checken sollen. Und... Und... Ja, den Code für den Tresor raus suchen. Und... Wir können ja nur einmal eins kennen. Ah, hier sind wir. Ja... 4... 1... 5... ... 4152 Aha! Hell! 1 gerne Münze holen oder hatten wir da am Automat? 5, den hatten wir schon, hatten wir, hatten wir 399 So, da sind wir die Postkarten auch jetzt nicht mehr nötig und schneiden nochmal den Gabelstapler-Schlüssel für die nächste Puppe Ich brauche einen Kugel Aha! Hauptquell! So, ich bin gewappnet und bereit. Aha, ich sehe euch dort. So, rechnen wir auf, ihr Flecken. Irgendwie hatte ich einfach so eine Vermutung. Das war einfach zu verlockend, um ein Nücheln zu haben. Ich verstehe doch nicht mehr in der Mitte. So, Tür ist geöffnet, hier lag was. Ja, aber habe ich jetzt eh Tür. Also, scheiße, ja. Oh. 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 ja dauerhaft bei feuer schlief da bei feuer schlief da immer die ganze da das war der tag sie zog den spiegel am schminktisch ihrer mutter aus der halterung der geschmack von blut und leppenschiff blieb in ihrem mund bis zu ihrem tot bauklotz t mit A batterie D ah spielzeuger äh feuerwehrwagen oh hallo robot dog der letzte spiegel hm ah habe ich ein A A A T E dann ist da D da brauche ich noch ein E hm Ich liebe es. 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 Ich liebe es.